Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber. Ich bin Franziska Zödel. Und heute geht es um Sinn oder Unsinn von Hypoxie-Training. Tausend Punkte, wem das jetzt schon was sagt. Es ist das bewusste temporäre Unterversorgen des Körpers mit Sauerstoff. Genau. Es klingt jetzt erstmal kompliziert, aber Martin und ich, wir haben uns für die Folge quasi auf den Berg begeben. Einige Male. Und eine Art Höhentraining ausprobiert. Der Berg war mitten in Wien in unserem Fall. Genau. Aber ein bisschen hügelig ist es ja im sechsten Bezirk. Im Vergleich zu anderen Bezirken zumindest. Ich bin auch viel bergaufgegangen. Du bist viel und auch so spät gekommen. Nein. Genau pünktlich gekommen. Anders als die Franziska, die gerne fünf Minuten in die Luft schaut. Jedenfalls. Wir haben für diese Folge ein sogenanntes Intervall-Hypoxie-Hypoxie-Training ausprobiert. Da liegt man mit einer Sauerstoffmaske ganz gemütlich auf einer Liege und macht 40 Minuten lang eigentlich nichts anderes als ein- und auszuatmen. Genau. Und da eben abwechselnd niedrige oder hohe Sauerstoffmengen. Und ich glaube, wir haben fünf Minuten ungewöhnlich sauerstoffarme Luft eingeatmet. Die war circa, wie man sie auf dreieinhalb bis viertausend Metern Höhe einatmen würde in unserem Fall. Und dann zur Erholung besonders sauerstoffreiche. Die war circa wie in Las Vegas im Casino, wo sie den Sauerstoff reinpumpen, dass man nicht müde wird. Ganz genau. Also zur Erklärung. Normal ist ein Sauerstoffgehalt von 21 Prozent in der Atmosphäre. Bei der Hypoxie geben wir dann runter. Also bei uns waren es, glaube ich, so 14 Prozent und ein bisschen niedrig. 12,5. Das weiß ich noch. Martin muss gleich wieder angeben da. Wir werden noch klären, das war nicht unbedingt gut, dass es so niedrig ging. Und bei der Hypoxie, also dieser Überversorgung mit Sauerstoff, da ist dann der Sauerstoffgehalt ein bisschen höher als normal. Ich glaube, es waren 30 Prozent, Martin, oder? Das weiß ich nicht mehr. Die Idee hinter diesem Training, dass mit IHHT, also Intervall-Hypoxie-Hypoxie-Training abgekürzt wird, damit werden im Körper bestimmte Prozesse in Gang gesetzt. Mitunter schläft man dann ein, weil es gar so gemütlich ist. Und dass sich eben diese Hypoxie und Hyperoxie-Unterversorgung und Überversorgung abwechseln, habe ich ehrlich gesagt nur an so einem kurzen Geräusch gemerkt, das sich anhört, als würde Luft in meine Maske geblasen. Ich habe sonst, was das Atmen angeht, keine wirklichen Unterschiede gemerkt. Wie war das bei dir, Martin? Ja, bei mir war es im Prinzip genauso eben. Also man muss sich das vorstellen, man liegt am Rücken, hat eine Atemmaske auf und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, glaubt, man erstickt in den Hypoxie-Teilen. Eben, man merkt es nicht wirklich. War ein bisschen eine Sorge von mir, aber so war es tatsächlich nicht, ja. Genau, es war in erster Linie entspannend und wichtig ist halt, das wird einem natürlich, wenn man sowas ausprobiert, auch erklärt, man muss halt richtig atmen. Am besten nicht daran denken, wie man atmet. Jetzt weiß man natürlich, denke nicht an einen rosa Elefanten. Das ist dann recht schwierig, habe ich gemerkt, weil eben, wenn man zu flach atmet, wenn man zu schnell einatmet, dann kann die Sauerstoffsättigung nicht so weit runtergehen, wie sie eigentlich runtergehen sollte. Und dann wird das mit dem Effekt nicht so klappen. Genau, und diese Sauerstoffsättigung, die wird mittels eines Fingerclips überwacht, weil es eben darum geht, dass diese Sauerstoffsättigung von den bei gesunden Menschen normalen 95 bis so 99 Prozent auf 85 Prozent gesenkt wird, weil man eben in diesem Bereich diese wichtigen Prozesse eben anstoßen soll. Jetzt ist um dieses Training ja ein sehr nischiger, aber doch ein Hype losgegangen. Es gibt auch schon einige Anbieter, wir haben das Ganze bei Biogena ausprobieren können. Es gibt auch in Wien schon mehrere mittlerweile, glaube ich, wo man das machen kann. Was sind denn da die Versprechen dahinter? Ja genau, das boomt gerade ziemlich. Es wird einem ganz viel versprochen. Also durch diese Hypoxie, die niedrige Sauerstoffzufuhr, wird dem Körper so eine Art Höhentraining vorgegaukelt und daraus sollen eben einige gesundheitliche Vorzüge entstehen. Man besteigt eben vereinfacht gesagt in den rund 40 Minuten mehrfach den Berg. Und warum macht man das? Also unter anderem, weil es eben angeblich so eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel hat. Es soll beim Abbau von Körperfett unterstützen, die körperliche Belastbarkeit und die körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Zum Beispiel, weil dabei die Tätigkeit der Mitochondrien angeregt wird. Klar ist aber, und das betonen auch die Anbieter, wer seinen Lebensstil nicht ändert, wer jetzt glaubt, es ist so, ich mache jetzt diese Therapie und dann bin ich ein gesünderer Mensch. So funktioniert es natürlich nicht. Also Wunder sollten sich keine erhoffen und die sollten einem auch nicht versprochen werden. Noch dazu, weil eine einzige Anwendung, wie es eben Martin und ich gemacht haben, jetzt eher gar keine Wirkung zeigen wird. Die Empfehlung liegt so bei so 15 Einheiten und das muss man auch dazu sagen, das geht dann schon ziemlich ins Geld. Also billig sind diese Angebote nicht. Aber Martin, wie ist es dir jetzt nach unserer Therapie ergangen? Wir waren ja leider durch einen Vorhang getrennt. Ich würde jetzt mal behaupten, dass du ganz selig geschlafen hast. Nein, das nicht, weil ich natürlich ausgeschlafen hingekommen bin, weil ich auf das achte, wie du weißt. Darum war auch zu spät. Darum war auch pünktlich. Jedenfalls habe ich einmal gemerkt, wie ungewöhnlich es ist und das sagt vielleicht auch ein bisschen was über mich aus, aber glaube ich auch über die meisten Menschen heutzutage. Ich habe gemerkt, wie ungewöhnlich es ist, einfach einmal nur da zu liegen, ohne Ablenkung und ja, halt ein- und auszuatmen. Und das ist irgendwie dann schon das ganze Programm. Ich habe auch ein bisschen phasenweise mit der Maske gekämpft, weil es mir den Mund so ein bisschen zugedrückt hat, dass ich eigentlich nur über die Nase ein- und ausatmen konnte, was jetzt nicht unbedingt mein normaler Modus ist. Ist total interessant. Bei mir war es umgekehrt und ich konnte durch die Nase quasi gar nicht atmen. Also ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt anfangs, aber dann habe ich die Maske ein bisschen angepasst und dann ging es. Also die meisten Menschen, du hast es jetzt eh schon angedeutet, die sind nach so einer Behandlung angenehm müde. So habe ich mich auch gefühlt. Die Empfehlung ist auch, dass man danach nicht noch Sport macht. Ich habe das natürlich ignoriert. Es war Mittwoch und Mittwoch ist beim Standard-Lauftag. Ich habe es danach aber ziemlich bereut. Mir wurde nämlich nach dem Lauf ziemlich schwindelig. Ob das damit in Zusammenhang stand, keine Ahnung, aber ich wurde auch vorgemerkt, dass ich es nicht tun soll. Also selber schuld, muss man sagen. Ganz genau. Das ist sehr schön analysiert, liebe Franziska. Und wir wissen beide, da würdest du es beim nächsten Mal genauso machen, wenn Mittwoch wäre. Wer macht denn ein solches Training? Neugierige Standard-RedakteurInnen natürlich und natürlich auch SelbstoptimiererInnen, die ausreichend Budget haben. Aber uns wurde auch erzählt, dass das Menschen mit Depressionen machen, mit Long-Covid, die quasi ihre körperliche Leistungsfähigkeit wieder steigern wollen. COPD, Borreliose war glaube ich auch noch Thema, wurde uns erzählt. Ja. Und auch Menschen, die sich auf die Besteigung eines sehr hohen Berges vorbereiten. Die probieren anscheinend solche Trainings auch gern aus. So, jetzt Karten auf den Tisch. Was sagt denn die Wissenschaft zu diesem ganzen Barhöhe? Also ich sage es gleich. Ich habe in der Schule in Chemie oder Physik nicht so gut aufgepasst. Darum habe ich mir Hilfe geholt von einem Menschen, der da der Experte ist. Und zwar nämlich von dem Innsbrucker Neurobiologen und Sportwissenschaftler Johannes Burtscher. Mit dem habe ich gesprochen. Der ist ein Experte für dieses Hypoxid-Training. Und der hat grundsätzlich auch betont, dass das Konzept auf einem wissenschaftlich ziemlich guten und starken Fundament steht. Das ist eigentlich auch schon lange bekannt ist. Und dass sich in dem Bereich derzeit ziemlich viel tut. Also ein nachgewiesener Effekt von Hypoxie ist zum Beispiel, dass sich dadurch mehr rote Blutkörperchen bilden. Und das wiederum führt zur Erweiterung und sogar zur Neubildung von Gefäßen. Also ziemlich cool. Ja, deinem Gesicht entnehme ich, dass es vielleicht noch ein Aber gibt. Ja, den Hype rund ums Hypoxid-Training oder eben so ein Hypoxid-Hypoxid-Training sieht Johannes Burtscher doch ein wenig kritisch. Hören wir uns mal an, warum. Nein. Generell sehe ich die Anwendungen mit Hypoxie als extrem vielversprechend. Es gibt allerdings jetzt eben diesen Hype, besonders in Europa, also weiß ich zumindest, dass es den gibt, dass sehr viele Institutionen IHHD anbieten. Und das basiert auf einigen Versprechungen, die allerdings wissenschaftlich noch nicht komplett belegt sind. Meistens ist etwas dran. Also das heißt, Hypoxie in der richtigen Dosis, die führt zu diesen positiven Effekten. Das ist sehr gut bewiesen. Nur ob jetzt tatsächlich auch IHHD, das ja sehr, sehr kurze Episoden von Hypoxie und Hypoxie verwendet, dann die gleichen Effekte hat, das ist relativ unklar. Also er meint damit etwa diese erwähnte Neubildung von roten Blutkörperchen und die Neubildung von Gefäßen oder auch die sogenannte Mythophagie. Das ist auch ein ziemlich großes Thema derzeit, bezeichnet den gezielten Abbau von gealterten Mitochondrien in den Zellen. Ist natürlich im Zusammenhang mit Anti-Aging auch so ein Riesentrend-Thema. Wir wollen alle mehr dazu wissen. Für all das dürfte aber das relativ geringe Ausmaß der Hypoxie, er hat es ja gerade schon gesagt, es sind ja eben pro Einheit immer nur so ein paar Minuten, in denen man in dieser Phase ist. Könnte sein, dass die nicht ausreichen. Oder man weiß es zumindest noch nicht so genau. Und was Johannes Burtscher auch betont, die Reaktion auf Hypoxie ist individuell sehr unterschiedlich. Es liegt an der Genetik, der körperlichen Fitness und auch der Vorerfahrung mit Hypoxie. Man kann die Effekte also nur schwer verallgemeinern. Und ich fand es auch interessant, dass er betont hat, dass es ein Training ist letztendlich. Also wir haben jetzt beide irgendwie gesagt, man liegt gemütlich da und muss atmen. Regeneration spielt trotzdem eine wichtige Rolle, wie er mir erklärt hat. Also hören wir da nochmal rein. Was ich allerdings schon sagen will oder noch einmal betonen will, ist, dass das Ganze eben auf diesem Prinzip basiert, dass Hypoxie und Hyperoxie Stressoren sind. Und man versucht einfach durch diese Stressoren die Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen oder Adaptationen in den Zellen an dem Körper hervorzurufen, die sich dann positiv auswirken. Und dadurch, dass das Stressoren sind, braucht man danach auch genügend Zeit, um sich zu erholen, um dem Körper Zeit zu geben, eben diese Anpassungen vorzunehmen. Das heißt, wenn jemand das nicht hat, also wenn jemand schon irgendwelche Vorerkrankungen hat, besonders respiratorische und so weiter, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das zuerst mit dem Arzt abklärt, ob man so was machen soll. Und man muss eben darauf achten, dass man es einfach als Stressoren sieht, wo man danach auch wieder etwas Zeit braucht, um sich auszuresten, auch wenn man es jetzt nicht fühlt, weil es sich ganz entspannend anfühlt. Aber wahrscheinlich ist es jetzt nicht clever, dieses IHHD zu machen und davor und danach sehr, sehr intensiver Sport zum Beispiel. Es ist ein Jammer, dass du dieses Interview nicht vor unserem Termin geführt hast. Vielleicht hast du den Test auf ihn gehört, wenn schon nicht auf die Anweisungen, die wir bekommen haben. Okay, also es ist schon gewissermaßen auch ein Workout für den Körper, auch wenn man es nicht so spürt. Also ich verstehe dich ja auch irgendwie. Ja, weil Mittwoch ist Lauftag. Nicht deswegen. Ich hätte mich jetzt prinzipiell, ich hatte ja tatsächlich vor, sogar noch Sport zu machen diesen Abend, bis du mir dann von deinem Unglück geschrieben hast, wobei wir ja immer noch nicht hundertprozentig wissen, ob das in direktem Zusammenhang stand. Aber klar, wenn die ganze Welt davor warnt, dass man nachher keinen Sport machen soll, war es wahrscheinlich kein Zufall, dass sie dann schwindelig worden ist nach dem Laufen. Aber zahlt es sich jetzt aus, sich für eine Expedition auf den Mount Everest jetzt mit so einem Training vorzubereiten? Jein. Also es wird tatsächlich gemacht. Es ist sicher besser als nichts. Laut Johannes Butcher gibt es da aber schon auch noch bessere Alternativen, wenn man denn schon auf den Mount Everest geht, in die man investieren sollte. Also wenn jemand jetzt auf einen hohen Berg gehen will, in Mont Blanc oder sogar Mount Everest oder was immer, dann empfiehlt es sich schon deutlich länger, sich Hypoxie auszusetzen. Also man sagt, für eine beinahe vollständige Akklimatisierung, also dass man relativ wenig an Leistungsfähigkeit verliert, wenn man dann in die Höhe kommt und dass man auch das Risiko reduziert, weniger Höhenfragen zu entwickeln, sollte man etwa 100 Stunden in einer Höhe verbringen davor, die schon fast die gleiche Höhe ist, wo man eigentlich rauf will. Muss natürlich nicht alles zusammenhängend sein, wird oft im Schlaf zum Beispiel, also wenn es die Leute gut vertragen, dann schlafen die schon in Höhenzelten oder in Höhenkammern davor für einige Zeit, um dem Körper eben Zeit zu geben, sich an diese Bedingungen zu gewöhnen. Mit IHHD sind einfach die Volumen von dieser hypoxischen Exposition wahrscheinlich einfach zu gering. Es bringt sicher etwas, aber ist bei Weitem nicht so effizient. Das Bergsteigen wird ja sehr, sehr teuer auf die höchsten Berge und die teuersten Anbieter, die verschicken ja mittlerweile auch wirklich so Zelte, in denen man dann wochenlang schlafen kann davor. Dann zahlt man halt ein paar Zehntausende mehr und dafür ist man noch fitter, wenn man dann sich den Everest raufziehen lässt von 14 Sherpas, die man persönlich dann hat. Also auch das ist schon eine Sache, die existiert. Ich merke, der Martin ist ein großer Fan. Nein, das war so ein bisschen zu geistig formuliert, aber tatsächlich ist das wirklich ein Ding schon im Bergsteigertourismus, dass man in so Zelten schläft, nächtelang davor. Ist immer noch eine Leistung, darauf zu kommen, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist halt eine größere Leistung, wenn man es ohne solche Schmiss schafft. Und ist auch eine Leistung, dass man sich so ein Zelt im Wohnzimmer aufstellt und dann da drinnen wirklich schlafen kann. Es gibt Leute, für die das Zelt aufstellen, ja unabhängig von Druck und Sauerstoff gehakt, schon ein ziemlicher Challenge. Kann man jetzt sagen, dass man, wenn man jetzt seine Freizeit beim Bergsteigen verbringt, dieses ganze Hypoxie-Training-Primborium gratis bekommt und umfangreicher? Naja, also ob man in den Höhen, in denen wir normalos unterwegs sind, also so bis zu 2500 Meter, tatsächlich schon von der Hypoxie profitiert, ist eher fraglich. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, öfter mal auf den Berg zu steigen, weil das insgesamt einfach wahnsinnig positive Auswirkungen auf den Gesamtstoffwechsel hat, auf das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Besonders, wenn man da oben dann auch noch Sport macht, weil damit eben der Sauerstoffbedarf erhöht wird und die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt, also die Hypoxie quasi begünstigt wird und natürlich, wenn man ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden da oben verbringt. Man weiß ja, dass Menschen, die da oben leben, zum Beispiel ein reduziertes Risiko haben, bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte zu entwickeln. Wobei das natürlich nicht nur an der Höhenlage, sondern auch am Lebenswandel da oben liegen wird. Aber grundsätzlich, und das kennt man als Sportredakteur ja auch, Höhentraining wirkt schon. Ja, das ist angesichts der Rolle, die das mittlerweile im Profisport und auch im ambitionierten Hobbysport spielt, recht unumstritten. Aber es gibt dazu auch unterschiedliche Hypothesen, was diese Faktoren sind. Da spielt wohl nicht nur die Hypoxie eine Rolle, sondern auch ganz viele andere Effekte. Darum geht es ja eigentlich. Es gibt dazu unterschiedliche Hypothesen, natürlich die Hypoxie, es gibt natürlich eine psychische Komponente. Insgesamt ist es halt einfach so, da oben fühlt sich alles viel anstrengender an. Wenn man dann in den Ebenen wieder Sport macht, ist es dann auf einmal um so viel leichter und das ist dann natürlich toll. Aber es ist eben auch nicht so klar. Es gibt laut Johannes Burtschert durchaus auch Fachleute, die sagen, es ist eher so ein bisschen ein Placebo. Also egal wie, aber es dürfte wirken und es wird ja auch gemacht. Also das weiß ja, du als Sportredakteur am allerbesten. Ja. Jetzt noch einmal kurz zum Höhentraining in der Stadt, das wir gemacht haben. Wenn das jetzt jemand ausprobieren möchte, was muss man da so beachten? Also es gibt einige Kontraindikationen. Johannes Burtscher hat das vorher schon anklingen lassen. Also Probleme mit dem Herz, Schwangerschaft, Asthma etc. Im Zweifel sollte man einfach mit seinem Arzt oder seiner Ärztin das einfach mal abklären. Es wird von diesen Anbietern aber eh vorab auch abgefragt. Davon abgesehen ist das Training jetzt nichts, wovon man Angst haben muss. Die Hypoxie und die Hypoxie fallen beide so moderat aus, also wie gesagt, dass man es gar nicht groß merkt. Und man wird dabei auch gemonitort. Also die Sauerstoffsättigung im Blut, die sollen nicht unter 80 Prozent fallen. Die Funktionalität dessen habe ich getestet. Ich glaube, ich habe einmal wirklich einfach vergessen zu atmen und dann kommt auf einmal wieder der Vollgas-Sauerstoff. Dann wird quasi diese Hypoxie-Phase abgebrochen. Ist eben einmal vorgekommen bei mir. Genau, das Chat von Martin hat recht interessant ausgeschaut. Jetzt bin ich wieder mal traurig, dass es nur ein Podcast ist, den wir machen, weil das würde ich eigentlich gern herzeigen. Man kann es kurz zusammenfassen. Die Franziska war sehr stabil und ist deswegen auch viel in diese 85-Prozent-Zone reingekommen. Bei mir war das alles ein bisschen erratischer und dementsprechend weniger Zeit in der 85-Prozent-Zone. Die Arbeitsthese dazu ist, eine von uns ist eine Ausdauersportlerin, der andere nicht. Ihr dürft jetzt raten, wie sich das verteilt. Aber dafür ist einer auch schwindelig worden und der andere war topfit, also ja. Topfit auf der Couch. 1 zu 0, Schauhuber. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ob dieses IHHT für Selbstoptimiererinnen und Selbstoptimierer jetzt das bestinvestierte Geld ist, bin mir nicht so sicher. Was sagst du, Martin? Ich denke, es kommt auch darauf an, was man sonst noch so macht und was genau man noch von dem Ganzen will, also eben gerade wenn es um Selbstoptimiert und man will viel Geld reinstecken betrifft, fällt mir die Kryokammer ein. Die fand ich zum Beispiel ein bisschen cooler. Ich meine, klar, man kann sich auch eine Eisdonner in den Garten stellen, wenn man einen hat oder halt eine kalte Badewanne einlassen. Aber wer halt auf sowas steht, da gibt es halt auch nachweislich Benefits, die auch ganz cool sein können, wenn es gerade das ist, was man braucht. Vor allem, wenn es draußen 30 Grad hat, dann hat es ja mehrere Benefits, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn es nur für die Psyche ist. Genau, und die spielt ja, wie wir wissen, eine riesengroße Rolle. Also wie gesagt, es ist recht individuell. Schaden tut sicher nicht, aber in anderen Bereichen könnte besonders IHT, also gemeint sind damit Hypoxieintervalle, ohne jetzt diese Hypoxie, also diese Überversorgung, bei der ist nämlich nicht so klar, was die bringt. Und das könnte ein totaler Gamechanger werden. Also laut Johannes Burtscher gibt es da extrem vielversprechende Studien, also zum Beispiel mit älteren Menschen mit kognitiven Störungen oder Menschen mit Depressionen und Angststörungen. Für die könnte sich so ein Training tatsächlich in Zukunft auszahlen. Und das fand ich auch total interessant, warum das so ist, weil man davon ausgehen kann, dass bei bestimmten Erkrankungen die Sauerstoffversorgung nicht so effizient ist wie bei gesunden Menschen. Und dem Körper mit einem solchen Training die Werkzeuge in die Hand gegeben werden mit dieser Situation besser umzugehen. Und jetzt im Zusammenhang mit Depressionen auch sehr interessant, für die Bildung von Serotonin ist zum Beispiel auch Sauerstoff notwendig. Es sind noch zwei O in Serotonin, entschuldige den sehr billigen Witz. Aber als Chemie-Fan, den verstehst du den vielleicht nicht. Ich habe jetzt kurz nachdenken müssen. Ja und spannend könnte das Training auch bei Rückenmarksverletzungen, Parkinson, Multiple Sklerose, tatsächlich auch bei Übergewicht sein. Aber insgesamt braucht es da einfach noch viel mehr Studien. Aber die nächsten Jahre werden da sicher ganz spannend. Und wir können dann sagen, wir haben es schon probiert, da war es noch eine Sache für Selbstoptimierungshipster. Genau, wir waren ganz am Anfang mit dabei. Jawohl. Wenn ihr auch weiterhin hören wollt, was wir für lustige Sachen probieren, dann abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify. Gerne mit und ohne Sauerstoffmangel kann man auch Mails schreiben an besserleben.at.at. Und man kann uns fünf Sterne geben dafür, dass wir uns wieder in Gefahr begeben haben für euch. Genau, auf Liegen, leicht wegdösen. It's a tough life. Wir lassen nichts umversucht. Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Martin Schauhuber. Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao. 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 Ciao.